Ja, gerade ganz fertig von der letzten Partie. Die Chicke habe mir auch noch verkehrt zusammengewurzelt. Aber schön, dass wir hier sind. Danke. Das Lästige ist hin und her kicken und dann werden wir einfach immer besser. Das passt schon. Grüß euch, habe ich die Ehre. Ich freue mich, dass das wieder zustande gekommen ist. Echt die allerfeinsten Vibes wieder am Start. Voll fein. Raternull sollte jeder mal in seinem Leben probiert haben. Einfach draufhauen. Raternull. 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 Raternull.